Willkommen, wir sprechen heute mit Emanuel Tomaselli, Redakteur des Funke, über die neuesten Entwicklungen in der Ukraine. Nach dem Einmarsch der russischen Armee letzten Donnerstag in das Land haben die Meldungen ja nicht mehr aufgehört über die aktuelle Situation, aber vielleicht könntest du damit beginnen, uns was über den Hintergrund der jetzigen Invasion zu sagen. Der Krieg in Ukraine ist ein Wendepunkt der Geschichte. Er wird langfristige und tiefgreifende Veränderungen für die Arbeiterklasse weltweit bedeuten. Es ist klar, dass die Sympathie der Weltöffentlichkeit auf der Seite der Leitranglern und Angegriffenen liegt, so auch unsere. Es gilt allerdings, einen kühlen Kopf zu bewahren und analytisch zu bleiben, um die Perspektive von Internationalismus und der sozialen Revolution inmitten der Kriegspropaganda aufrechtzuerhalten. Der Konflikt in der Ukraine hat nicht letzte Woche begonnen, sondern spätestens 2014, wahrscheinlich sogar früher 2008. Es ist tatsächlich so, dass der westliche Imperialismus, die NATO und die EU, seit der Jahrtausendwende versuchen, ihren Einflussbereich Richtung Osten auszuweiten. 2008 hat die NATO die Beitrittsperspektive für die Ukraine und Georgien in der Konferenz von Bukarest vorgehalten. Und das Ganze hat auch eine innerpolitische Dimension in der Ukraine. Ein Wendepunkt der jüngeren Geschichte der Ukraine ist das Jahr 2014, als der Westen eine Bewegung finanzierte und inspirierte, die sogenannte Maidan-Bewegung, die dazu auserkoren war, die Macht im ukrainischen Staatsapparat weg von einer pro-russisch oder neutral orientierten Oligarchie hin zu einer westlichen Oligarchie zu verschieben. Dies ist gelungen mit Hilfe offen faschistischer Kräfte. Das ist das dominante Element der ukrainischen Innenpolitik der letzten acht Jahre. Die Nach-Maidan-Regierung machte eine extrem offen reaktionäre Politik. Der Gebrauch der russischen Sprache im Amtsverkehr in den Schulen wurde verboten. Die kommunistischen Bewegungen wurden verboten und faschistische Banken konnten offen agieren. Dies führte unter anderem zu Tod durch Verbrennen von 48 linken Aktivisten in der Hafenstadt Odessa am 2. Mai 2014, wo diese Faschisten das Gewerkschaftshaus angezündet haben. All diese Täter sind Teil des politischen Gefüges und sind nie einer Gerechtigkeit unterzogen worden. Teil dieses Prozesses war dann auch, dass es in der Südost-Ukraine eine Volksbewegung unter starker Beteiligung der dortigen Stahl- und Bergarbeiter gab, was zur Gründung dieser sogenannten Volksrepubliken von Donetsk und Lugans geführt hat. Seither führt eine militärische Trennungslinie durch die Ukraine. Und in dieser Situation hat auch der russische Imperialismus agiert, indem er die Krim okkupiert hat. Das heißt, die Ukraine ist seit Jahren ein zerrissenes Land und Spielfeld des westlichen und östlichen Imperialismus, wobei in den letzten Jahren der westliche Imperialismus hier deutlich drücker war. Wenn heute unsere Regierungen von der Verteidigung westlicher und demokratischer Werte in der Ukraine reden, muss man sagen, es ist eine komplette Heuchelei. Diese waren nicht präsent. Grundlegendste demokratische Rechte wurden von diesen pro-westlichen Regimes nicht akzeptiert. Obwohl der aktuelle Präsident Zelenskyj quasi auf einem antinationalistischen Ticket gewählt worden ist 2019, was zeigt, dass die ukrainische Bevölkerung nicht hinter diesem rabiaten antirussischen Nationalismus steht, ist der Zelenskyj in den letzten zwei Jahren sehr wohl unter dem Druck der rechten Sektoren und der EU quasi auf diese Linie eingeschwenkt. In den letzten Monaten hat sich Putin stark genug gefühlt, um sogenannte Sicherheitsgarantien vom Westen zu verlangen, die darin bestehen, das Heranrücken der NATO an Russland hintanzustellen. Was sind legitime Sicherheitsgarantien eines imperialistischen Staates? Es geht darum, dass Putin im Interesse des russischen Kapitalismus, des russischen Oligarchen, eine Einflusszone in Osteuropa sicherstellen wollte. Er füllte die Zeit gekommen, das zu tun, fühlte sich stark, auch angesichts einer gewissen Schwächung des westlichen Imperialismus in den vergangenen Jahren. Er hat diese Forderungen mit Nachdruck gestellt, unter anderem auch durch einen großen militärischen Bildab entlang der Grenzen der Ukraine. Nachdem seine Forderungen nicht erfüllt worden sind, hat er schlussendlich Ende Februar, also letzte Woche, den Angriffsbefehl auf die Ukraine gegeben, um diese imperialistischen Interessen in der Ukraine militärisch durchzusetzen. Es ist interessant, dass du über den imperialistischen Charakter des russischen Regimes redest. Westliche Medien versuchen ja, Wladimir Putin zu unterstellen, dass er die Sowjetunion wieder aufbauen will mit so einem Angriff. Was hast du dazu zu sagen? Das ist eine lächerliche Lügenrhetorik, abgesehen davon, dass das Programm der Wiederherstellung der Sowjetunion mehrheitliche Unterstützung finden würde in der Mehrheit der Bevölkerung in den ex-sowjetischen Republiken. Weil die Wiedereinführung des Kapitalismus vor 30 Jahren in diesen Ländern hat eine Zerstörung der Zivilisation, Lebenserwartung und des Friedens in der gesamten Region gebracht. Allerdings hat Putin mit der Sowjetunion gar nichts am Hut, um ihn selbst wiederzugeben. Er hat den Krieg gegen die Ukraine in zwei Reden begründet, wobei er diese Frage nach der Sowjetunion selbst aufwirft und beantwortet. Er selbst bezeichnet den Angriff auf die Ukraine als eine Entkommunisierungskampagne. Er hat einen guten Teil seiner Rede darauf verwendet, gegen Lenin, gegen die Revolution 1917 und gegen die Bolschewik zu polemisieren. Warum? Laut Putin war es ein historischer Fehler der russischen Revolution, ein friedliches Miteinander aller Nationen des ehemaligen Zahlenreichs sicherzustellen, gleichberechtigt und frei. Das war das Nationalitätenprogramm, das Lenin jahrelang in der russischen Arbeiterbewegung vertreten hat und das die Oktoberrevolution umgesetzt hat. Putin sieht sich als Erbe des Zahlenreiches, des zaristischen Völkergefängnisses und er verneint die ukrainische Nation und will diesen historischen Fehler der Bolschewiki jetzt wiedergutmachen. Das ist sein Programm, ideologisch. Aber wie immer, Ideologie ist eine nebensächliche Sache in jedem Krieg. Es finden sich Gründe für jeden Krieg. Der Hauptgrund von Putin ist die Sicherung der Interessen der herrschenden Klasse seines Landes gegenüber der herrschenden Klasse im Westen, die ihm dieses Territorium unterstreitig gemacht hat. Als Reaktion auf diesen russischen Angriff hat ja Deutschland zum Beispiel angekündigt, dass sie 100 Milliarden Euro zusätzlich in die Bundeswehr stecken wollen. Viele europäische Staaten haben angekündigt, Waffenlieferungen an die ukrainische Regierung vorzubereiten. Könntest du uns vielleicht etwas sagen, was die Rolle der österreichischen Bundesregierung in der jetzigen Situation ist? Die österreichische Regierung hat nur eines im Sinn. Die Interessen der österreichischen Kapitalisten und Kapitalistinnen, die sehr stark investiert sind, sowohl in Russland als auch in der Ukraine. Die führende österreichische Bank, die Raiffeisenbank, hat im letzten Jahr 50 Prozent ihres Profites, fast 500 Millionen Euro, am russischen Markt gemacht, wo eine extrem hohe Profitrate herrscht, aufgrund der extremen Ausbeutung der russischen Arbeiter durch die russische Oligarchie. Die Österreicher schneiden hier überall mit. Detto in der Ukraine. Daher war die österreichische Position über viele Tage nicht so klar und extrem schwankend. Jetzt jedoch ist es so, dass sich österreichisch in dieses westliche Bündnis voll eingeklinkt hat und eine enorm belizistische, also pro-Kriegshaltung eingenommen hat. Hier gibt es zwei Elemente. Einerseits haben sie sich entschieden, die Regierung Zelensky militärisch so zu supporten, um in eine bessere Verhandlungsposition gegenüber Russland zu kommen. Also die Soldaten sollen bluten für eine gute Verhandlungsposition der EU gegenüber Putin. Und zwar die ukrainischen, aber mit finanzieller und militärischer Unterstützung des westlichen Imperialismus, inklusive des österreichischen. Und das zweite hat eine langfristige Dimension. Weil was jetzt passiert, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, ist, dass der Militarismus quasi den Grabdeckel weggeschoben hat und frisch, knackig, jung hier steht. Das ist eine extrem unglaubliche Entwicklung, was hier innerhalb von Stunden oder innerhalb von wenigen Tagen eine komplette Neupositionierung stattgefunden hat. Aktuell mit Unterstützung der Mehrheit der Bevölkerung, die schockiert ist durch diesen russischen Angriff auf die Ukraine. Aber was heißt das, sowohl in Deutschland als auch in Österreich? In Österreich wurde ein nationaler Sicherheitsrat einberufen am vergangenen Freitag, wo gesagt worden ist, dass erstens mehr Geld für das Bundesheer zur Verfügung gestellt wird. Es sind bereits neue Soldaten in den Balkan nach Bosnien geschickt worden, wo das österreichische Bundesheer die führende imperialistische Kraft ist. Bosnien ist de facto eine EU-Kolonie, die hier geostrategische Rolle spielt. Und Österreich ist hier die führende Macht. Und so weiter und so fort. Der deutsche Finanzminister Lindner hat es auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, die Zeit der Friedensdividende ist vorbei. Das heißt, in Zukunft wird wieder gespart, um ein fesches Militär zu haben. Das Militär gilt als legitimer Teil der Außenpolitik. Wieder Waffenlieferungen in kriegsführende Nationen sind ein legitimer Teil der Außenpolitik etc. Das hat auch eine innenpolitische Dimension. Van der Leyen, die EU-Chefin, hat zum Ausdruck gebracht, dass es jetzt darum geht, russische Kriegspropaganda in der EU technisch zu verhindern, sprich Internetzensur einzuführen. Ja, willkommen im Neo-Militarismus. Ja, in der jetzigen Situation ist, glaube ich, das Gefühl, das am meisten vorhanden ist, eins des Schocks und teilweise sogar der Verzweiflung über diese neue Situation und der Unklarheit, was ein Weg vorwärts wäre. Was ist die marxistische Position? Wie können wir diese Ungerechtigkeit in diesem Krieg überwinden? Wie ich einleitend gesagt habe, wir müssen einen kühlen Kopf bewahren und wir müssen der Idee der großen antimilitaristischen Tradition der deutschen Arbeiterbewegung folgen. Wie Karl Liebknecht gesagt hat, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Das ist die Maxime. Das heißt, die Aufgabe der Revolutionäre aller Länder ergibt sich quasi aus der Position ihrer jeweiligen herrschenden Klasse zu dieser neuen Weltsituation. Wir müssen hier klarstellen, Putin ist ein extremer Reaktionär und er gehört gestürzt. Aber er gehört gestürzt, das ist die alleinige Aufgabe der russischen Arbeiterbewegung. Nicht des westlichen Imperialismus, die so ein militärisches Szenario entwickeln, den Krieg in der Ukraine so lang zu machen, dass Putin irgendwie ausblutet. Nein, das ist nicht unser Programm. Unser Programm ist, dass die russischen, also unsere russischen Klassengeschwister den Rücken frei haben, um mit Putin und seiner Kreml-Gang selbst fertig zu werden. Bereits seit dem ersten Tag gibt es Massenproteste der russischen Arbeiter und Jugendlichen gegen diesen Krieg. Es gibt tausende Verhaftungen. An der Spitze vieler dieser Proteste stehen unsere Genossen und Genossinnen der AEMT in Russland. Gleichzeitig setzen wir auch Initiativen in der Arbeiterbewegung Russlands, sowohl in der kommunistischen Partei als auch im Konsumol, der kommunistischen Jugend, wo wir eine antimilitaristische, antiputin-Haltung in der kommunistischen Bewegung verankern. Wir müssen wissen, dass die Führung der kommunistischen Partei Russlands eine pro-Putin-Haltung hat. Aber der gesellschaftliche Druck ist bereits so groß, dass es starke Opposition in der russischen Arbeitwegung und kommunistischen Bewegung gegen diesen Krieg gibt. Es haben sich bereits drei Duma-Abgeordnete der KB gegen diesen Krieg ausgesprochen. Das ist das, was Russland betrifft. Die Arbeiterklasse der Ukraine war bereits vor diesem Krieg in einer verzweifelten Situation. Jetzt umso mehr. Wir möchten nur bescheiden anmerken, das Schicksal kleiner Nationen ist in einem solchen Spiel imperialistischer Großmächte nur ein Kleingeld. Das Werk der Freiheit und Unabhängigkeit der Ukraine und des freiwilligen Zusammenlebens aller Nationalitäten in der Ukraine kann nur im Einklang mit allen Klassengeschwistern im Land und in der Region erreicht werden. Was für einen konkreten politischen Ausdruck das annehmen kann, wird der weitere Verlauf zeigen. Doch unsere wichtigste Aufgabe ist es, die Interessen und die Heuchelei der herrschenden Klasse Österreichs offen zu legen. Nationalratspräsident Sobotka hat klar gesagt, für was wir stehen sollen. Er hat gesagt, wir wollen keine Flüchtlinge haben, sondern die Ukrainer sollen für ihr Land kämpfen. So wie angeblich Österreicher im Jahr 1945. Was Sobotka meint, ist, dass Ukrainer bluten sollen für österreichische Interessen in der Ukraine, anstatt zu flüchten. Das ist nicht unser Programm. Niemand soll für österreichische Interessen irgendwo sterben. Daher sind wir gegen jede Aufrüstung des österreichischen Bundesheers. Im Gegenteil, wir sind dafür, dass österreichische Soldaten zurück in österreichische Kasernen kommen. Wir sind dagegen die Aufstockung des österreichischen Bundesheers in Bosnien. Wir sind dafür, dass österreichische Soldaten zurück aus der Sahelzone kommen. In all diesen Ländern werden keine Interessen der österreichischen Arbeiter verteidigt, sondern nur die Profitinteressen der österreichischen herrschenden Klasse. Wir stellen uns dagegen. Und insbesondere, wir kennen noch den Spruch aus dem Jahr 2008, für Soziales gibt es nichts, bei den Banken sind sie fix. Seit über einer Woche wird ein neues Bankenrettungspaket in Österreich diskutiert, angeschoben, weil die Raiffeisenbank, A1, die OMV, Agrana, weil extrem viele österreichische Konzerne hier investiert sind. Die sollen, nachdem sie jahrelang fetteste Profite aus der Ausbeutung von russischen, ukrainischen Arbeitern gemacht haben, jetzt entschädigt werden. Wir erinnern uns, wir haben gerade zwei Jahre Corona-Pandemie hinter uns. Es wurde nichts getan, um Schulen pandemiesicher zu machen. Es wurde nichts getan, um Geld ins Gesundheitssystem zu bringen. Wir hatten letzten Mittwoch die zweite 5 nach 12 Aktion der Gesundheitsgewerkschaften. Das erste Mal seit vielen Jahren sind die Verwaltungen von Krankenhäusern, von Privatkrankenhäusern oder der Landesklinik in Vorarlberg gegen gewerkschaftliche Versammlungen vorgegangen. Das ist komplett neu. Das ist, was Militarismus bedeutet. Krieg nach außen und Krieg gegen die eigene Arbeiterklasse. Wir stellen uns gegen alles, was Profit für österreichisches Kapital im Ausland und im Inland bedeutet. Wir stehen für die Einheit der Arbeiterklasse in Österreich und international. Wir stehen für die soziale Revolution. Machen mit bei uns, bei der IMT, der international-marxistischen Tendenz. Tritt diese Perspektive bei gegen die Barbarei für eine sozialistische Zukunft der Menschheit.